Und dann Moinsen zu einem weiteren, wie letzte Woche schon, nach dem Hertha-Debakel zu einem Video der Marke. Ja, wie fühlen wir uns denn nach Leverkusen, nach dem 1,1 gegen Leverkusen? Ein paar Punkte aufgeschrieben, wir werden ein bisschen links auf den Laptop gucken. Quatsch mal einfach ein bisschen, natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren dalassen zu allen Geschichten, die ich hier so ansetze, hier zu erzählen. Denn Nummer 1, Punkt, musst du erstmal holen, weil auch da, ohne jetzt irgendwen angehen zu wollen, verstehe ich nicht ganz, habe ich auch schon vor dem Spiel nicht verstanden. Tabellarisch habe ich es verstanden, ja, aber so grundsätzlich, auch wenn Leverkusen K.O. war, alles okay. Aber ich weiß nicht, wo die Erwartungshaltung herkommt, mal eben so nebenher Leverkusen zu schlagen. Ich weiß nicht, wo die herkommt, tabellarisch ist er gegeben, ja, ich verstehe, warum man da sagt, da musst du gewinnen und ey, Reisestabharzen, dies, das. Und Leverkusen, es war auch eine Chance da, dieses Spiel zu gewinnen, ne. Aber trotzdem, so von der Erwartungshaltung her, auch teilweise Pfiffe bei dem Rückpass zum Bredlo, von wegen, warum macht ihr jetzt den Spielaufbau von hinten, wir müssen Vollgas geben. Verstehe ich innerlich schon, ich hätte mir auch mehr Vollgas gewünscht gegen Leverkusen, ganz insgesamt. Aber trotzdem, manche Erwartungshaltung hier, von wegen, wir müssen die schlagen und oh Gott, wir sind jetzt abgestiegen, weil wir nur Unstiegengespielt haben, gehe ich einfach nicht mit. Auch zu dem Punkt, es ist einfach auch ein Ritt auf der Rasierklinge. So, es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Leverkusen war nicht besonders gut, das ist absolut richtig. Zu einer Führung gegangen, auch beschreiben, dass das Spiel zwei Elfmeter gebraucht hat, damit es hier ein bisschen irgendwie was reinkam. Die erste Halbzeit war ja langweilig, wie sonst was. Aber es ist halt auch schwierig abzuwiegen und du hast irgendwann gemerkt, Leverkusen und wir, beide hatten sich irgendwie dann abgesprochen zu sagen, komm, ist okay, wir nehmen beide einen Punkt mit, ist okay. Weil ich glaube, wir wollten auch nicht das letzte Restrisiko gehen, zu sagen, wir gehen voll aufs 2-1, mit eben dem Restrisiko zu haben, dass dann eben Leverkusen doch mal das 2-1 macht noch am Ende. Und wir halt mit Null statt einem dastehen. So, den Punkt nehmen sie lieber mit, ist ja auch ganz klar. Aber Ritt auf der Rasierklinge, weil klar, Leverkusen war nicht besonders gut, aber die haben die individuelle Klasse auf dem Platz, um das eben doch noch zu schaukeln am Ende so. Gehe noch 5% mehr, 10% mehr Richtung Angriff, Richtung 2-1 und du fängst sie am Kontos 1-2. Und dann nehme ich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch lieber diesen Punkt mit gegen Leverkusen. Witzigerweise auch das einzige Spiel an diesem Wochenende, das einzige Heimspiel am Wochenende, was nicht mit einem Heimsieg geendet ist. Der gesamte Rest, alle anderen Spiele, alle Heimsieg, auch wenn es Leipzig am Ende noch spät gemacht hat, aber alle Heimsieg außer uns. Auch so typisch. Zurück zum Elfmeter, Gerasi. Steht eigentlich hier nur der Stichpunkt Eier. Eigentlich einfach nur der Stichpunkt Eier. Ich glaube auch Radezzi hat gesagt, wow, krass, dass er ihn so schießt im Abstiegskampf nicht erwartet. Da muss der Eier für haben. Weil ey, der Typ hat Selbstbewusstsein, aber bis zum Gehen nicht mehr. Im Abstiegskampf auf Platz 17 drei Punkte, also was da zu dem Zeitpunkt drei Punkte gewesen wären, das 1-0. Wenn es so ausgeht, sind es drei Punkte. War brutal wichtig, dieser Elfmeter. Und der Chipp den. Und wie frech. Wirklich in die Mitte. Er kommt fast noch hin, Radezzi mit ein bisschen Glück, aber so Dinger hältst halt normalerweise der Keeper. Also auch einfach nicht krank. Was hat Gerasi bitte für ein Selbstbewusstsein? Was hat der für Eier? Das ist unglaublich. Zehn Bundesliga-Hütten jetzt schon gemacht, glaube ich, sind es an der Zahl. Muss ich auch sagen, damit bist du ja schon echt gut dabei in der Bundesliga mittlerweile. Ich glaube, Fylkuk hat 16 gemacht oder sowas. Dann bist du ein Topscorer. Danach kommen ein paar mit 14. Dann bist du mit 10 echt schon gut dabei in der Saison. Keine Lewandowski-Saisons mehr mit 40 und gefühlt 60 Toren. Und auch da, ne, wieder Thema Labbadia. Ein großer Punkt bei ihm. Gerasi hat gefehlt. Muss ja gucken. Der Typ hat mal, glaube ich, sieben, sechs, sieben Spiele am Stück gefehlt. Steht trotzdem auf zehn Toren. Das ist halt einfach nur eine absolute Lebensversicherung, sagt man oft genug. Auch interessant hier, ein längerer Throwback zurück, ist Argentinien. Argentinien-Elfmeterschießen. Hat, glaube ich, auch der Keeper Martinez erzählt von Argentinien danach, wie er quasi psychologisch seinen Jungs geholfen hat, die nach ihm geschossen haben. Nach dem Motto, wenn einer getroffen hat oder wenn ich ihn gehalten habe vor mir, wenn ich ihn gehalten habe, bevor mein argentinischer Schütze nach mir schießt, habe ich gesagt, hau das Ding in die Mitte. Weil der hat auch so funktioniert, ich glaube, Dybala war es zum Beispiel, weil der Keeper nach mir weiß ja, er muss das Ding halten und er sieht dumm aus, wenn er in der Mitte stehen bleibt. Er sieht dumm aus, wenn er in der Mitte stehen bleibt. Das heißt, der Keeper wird auf jeden Fall springen, in irgendeiner Ecke, sich irgendeine Ecke auswählen, damit er halt alles getan hat, so in seinem Kopf. Deswegen schießt das Ding in die Mitte. Schei hat sich auch hier, hat jetzt gedacht, ey, der muss das Ding ja machen. Der muss den machen, diesen Elfmeter, sau wichtig, als ob der sich traut, in die Mitte zu schießen. So, in so einer Situation, als ob der sich traut, in die Mitte zu schießen, ich suche mir eine Ecke aus. Und hat wahrscheinlich auch, vielleicht ein Longshot von mir jetzt hier, aber fand ich interessant, so ein bisschen, weil ich das noch im Kopf hatte mit Argentinien von dem Keeper damals, fand ich sehr interessant, was er da erzählt hat. Vielleicht hat das echt eine Rolle gespielt, die Psychologie bei Elfmetern, glaube ich, eh sowieso sehr, sehr hoch. Und das, bevor wir jetzt gleich zum Restprogramm kommen, auch ganz klar, ja, wenn alles scheiße läuft, wenn der ganze Rest gewinnt und wir verlieren, können wir am Sonntag absteigen. Er hat das in den Raum gestellt, abgehakt, will ich mir auch gar nicht anhören, weil jetzt kommen wir zum Restprogramm und auch einfach so ein bisschen zu meinem Punkt mit Zweckoptimismus. Weil ich muss echt sagen, es ist auch realistisch, was ich ja gleich ein bisschen vorrechnen werde. Ich bin halt echt gar nicht so krass angespannt, muss ich sagen. Also ich bin noch recht optimistisch, vielleicht auch, wie gesagt, Begriff Zweckoptimismus, weil man es eben auch dran hoffen muss, so. Ich will mir gar keine Negativ-Szenarien irgendwie zusammenrechnen oder mir überlegen, wie schlimm es aussehen könnte, was mache ich, wenn wir am Sonntag absteigen. Will ich gar nicht so, weil ich will nicht, dass es passiert und dann passiert es nicht. Das ist, wie gesagt, Zweckoptimismus. Hertha auf 18, 25 Punkte, minus 28 Torverhältnis. Wir auf 17 mit 29, minus 15. Schalke auf 16, 30 Punkte, minus 34 Torverhältnis. Bochum auf 15, 31 Punkte, minus 35 Torverhältnis. Und Hoffenheim auf 14, 32 Punkte, minus 11 Torverhältnis. Heißt, bei uns immer noch weiterhin der Vorteil im Torverhältnis. Interessant, weil es sind nur wenige Spiele, zwei Spiele, heißt, das Torverhältnis könnte ähnlich bleiben. Es ist ja saueng zwischen Bochum und Schalke. Wenn die beide irgendwie am Ende noch was ja passieren kann, irgendwie punktgleich sind, können es echt sogar wirklich, klar, auf das Torverhältnis so oder so ankommen, aber halt nicht von wegen der einen hat minus 15, der anderen hat minus 30, so wie wenn wir zum Beispiel mit der Hertha gleich viele Punkte hätten, wären wir ja deutlich vor der Hertha. Aber da kämen es nämlich auch auf die Tore an, auf einzelne Tore. Schalke minus 34, Bochum minus 35. Das heißt, er kann echt ein Tor entscheiden im letzten Spieltag. Selbe auch bei uns, Hoffenheim und Stuttgart. Hoffenheim minus 11, mir minus 15. Könnte auch passieren. Letztes Spieltag direkt das Duell, dass dann irgendwie Konstellationen kommen von wegen, wir müssen gegen Hoffenheim irgendwie mit drei Toren Abstand gewinnen und mit zwei Toren Abstand gewinnen. Und Hoffenheim muss gegen uns mit so und so viel Toren Abstand, darf nur maximal so verlieren. Das ist halt echt, das ist krank, das ist krank. Dann schauen wir mal, ich lasse meinen 34. noch weg, weil da können wir nichts darüber quatschen, wenn der Spieltag vorbei ist. Aber der 33., Hoffenheim Union, Hertha Bochum, Schalke Frankfurt, wir ziehen am Sonntag nach in Mainz. Und jetzt, wie gesagt, ist vielleicht Zweckoptimismus, vielleicht auch einfach realistisch. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich würde gerne eure Kommentare da lassen. Hat auch einige Kommentare schon vor, wir sind abgestiegen hier und da. Ich will nicht hören, deswegen hier meine ganz ehrliche Meinung. Deswegen bin ich auch so ein bisschen tiefenentspannt oder mehr oder minder tiefenentspannt. Schalke hat jetzt aufs Maul bekommen in München. Bülter ist gesperrt, weiß nicht, wie es mit Jens aussieht. Frankfurt, das erste Mal seit Jahrhunderten wieder richtig gut gespielt und gegen Mainz gewonnen. So ein bisschen wiedererstärkt. Ich will jetzt gar nicht mal einen Frankfurt-Auswärtssieg herbeireden, weil das wird krank. Diese Aktion, glaube ich, von Unterrang weiß, Oberrang blau oder andersrum. Diese Fanaktion von Schalke, auch richtig krank, was die da machen. Die werden abreißen am Samstag, was die Stimmung angeht. Aber Schalke fehlen ein paar Leute. Schalke hat jetzt so ein bisschen einen Tiefschlag bekommen. Schalke ist auch gegen so, ich sag mal, bessere Teams, Top-Teams, auch öfter mal unter die Räder gekommen oder öfter mal schwächer. Klar, Ausnahme Dortmund ist unschieden da, aber seit Derby noch mal was anderes. Und Frankfurt hat den Kader. Frankfurt hat den Kader, Frankfurt jetzt ein bisschen wiedererstärkt. Vielleicht ist da ja echt irgendwas. Muss gar nicht für den Trainer spielen, aber es ist ja schon irgendwie passend, dass er quasi nach der Geschichte, dass Klaasner aufhört nach dem Pokalfinale oder gehen wird, auf einmal gegen Mainz gewinnt zu Hause. Also, ich will hier gar nicht einen Frankfurt-Sieg herreden, aber was wir seit Wochen dachten eigentlich, dass Schalke hier sicher gegen so komische Bundesliga-Frankfurter, wie sie es ja lange waren, sicher gewinnt, ist für mich weg. So, ich, warum sollte Schalke einfach mal nebenher Frankfurt zu Hause ganz easy wegklatschen? So, warum? Also, ich sehe da gerade keinen Schalke-Sieg. Ist natürlich möglich, aber ich persönlich sehe ihn nicht. Ich will ihn natürlich auch nicht sehen, ist ja auch ganz klar für die Tabelle. Aber ich sehe es auch wirklich ganz realistisch einfach nicht. Also, von mir aus geht das Ding unentschieden aus, aber ich glaube, über Frankfurt mit dem Kader von Schalke, mit der Leistung von Frankfurt, mit der Situation, rennst du nicht mehr so leicht rüber, wie man es vielleicht vor ein, zwei Wochen noch gedacht hätte. Dann Hoffenheim, da kommt Union hin, die eh maximal eklig sind. Maximal eklig, Union gewinnt so dreckige Spiele. Selbst Kölner da mit 3-1 gewonnen, Hoffenheim auch wirklich weit weg von ihrer guten Phase, die sie hatten mit ein paar Siegen am Stück, natürlich auch gegen direkte Abstiegskonkurrenz. Hoffenheim verliert, ganz einfach. Hoffenheim verliert gegen Union. Die können ja, glaube ich, die Champions-League sicher machen. Union wird da hinfahren, dreckig spielen, 0-1, 0-2, 1-2, whatever und gewinnen. Hoffenheim verliert gegen Union. Von mir aus spielen sie Unentschieden, aber die gewinnen nicht gegen Union zu Hause. So, fertig. Da haben wir dann natürlich mit das Wichtigste noch, Hertha gegen Bochum. Hertha hat noch Resthoffnung, dürfen wir nicht vergessen. Das sind eigentlich weg, aber wenn der ganze Rest passt und Hertha noch 6 Punkte holt, wie gesagt, Thema letzter Spieltag. Ich glaube nicht, dass sie in Wolfsburg gewinnen, deswegen ist das Thema auch erledigt, aber Hertha spielt zu Hause gegen Bochum. Und ja, Bochum ist vielleicht nicht so dumm wie wir, haben wir jetzt auch nochmal gemerkt, will ich gar nicht tiefer reingehen, aber haben auch nochmal gemerkt, die verlieren in Köln, weil Köln einfach Vollgas gibt, auch wenn es noch nichts mehr geht, die sind schon sicher drin, Vollgas gibt, mit Anstand Fußball spielt, klatschen die Hertha 5-2 weg und wir verlieren die Woche davor in Hertha. Also ich glaube nicht, dass Bochum so dumm ist wie wir in Hertha, weil das muss man auch nochmal sagen, wie kann man so dumm sein, da zu verlieren mit der gesamten Lage, die bei Hertha aktuell eigentlich vorherrscht, aber abgehakt, weitermachen. Trotzdem sehe ich auch nicht, warum Bochum da easy mal gewinnen sollte bei der Hertha, weiß nicht, wie es aussieht, wahrscheinlich quasi ausverkauft, die letzte Chance, sich in einem Heimspiel noch irgendwie mit Anstand zu verabschieden, selbst wenn es runtergeht, dann gewinnt halt nochmal zu Hause gegen Bochum fürs Heimpublikum, auch nochmal ein anderer Effekt. Hertha hat auch eine Resthoffnung, also ich sehe gerade nicht, warum Bochum da gewinnt. Ich sehe auch nicht genau einen Hertha-Sieg, aber vielleicht nur entschieden, wäre optimal für uns, noch besser wäre ich glaube ich wirklich einen Hertha-Sieg, weil die haben am letzten Spiel eigentlich keine Chance mehr, das heißt sie dürften da gerne gewinnen, hat Bochum sogar 0, statt den einen Punkt, den sie da vielleicht mitnehmen könnten, plus eben auch aus Bochum-Sicht, war eine Scheißphase, ich glaube 6-7 Spiele am Stück nicht gewonnen, jetzt der Sieg gegen Augsburg, auf die kannst du dich halt auch nie verlassen, auf Augsburg kannst du dich nie verlassen, nach Rückstand, dies, das, ich glaube die XG-Werte sind so, dass es eigentlich quasi fast ein 1-1 war, habe es Spiel nur über Konferenz gesehen, aber auch da, es war halt ein Spiel für Bochum, wo alles lief, ich glaube zwei abgefälschte Tore, ein Traumtor, das war jetzt kein Offenbarungseid, die Stimmung war auch geil bei Bochum, die wird auch da sein, wird ein guter Kessel werden glaube ich, Heiter gegen Bochum, aber es war kein Offenbarungseid, wo du sagst, Bochum wieder da, jetzt habe ich richtig Respekt vor Bochum, also ich habe grundsätzlich Respekt vor denen, weil die waren ja gefühlt weg, schon nach sieben Spieltagen, Trainerwechsel wieder in eine lange schlechte Phase, sind sie wieder da, auch gute Karten aktuell noch, aber ich sehe nicht, warum da auf einmal, ja Bochum easy, die Hertha schrubben sollte auswärts, also auch das, ich sehe da diesen Bochum-Sieg, der für uns natürlich scheiße wäre, aber selbst dann, wenn Hertha, wenn die Hertha fällt gegen Bochum, und Bochum eben die Punkte holt, hast du immer noch Schalke, und hast du immer noch Hoffenheim, die du überholen kannst, um wenigstens Platz 16 hinzuholen, das ist eben gerade so mein Ding, mein bisschen Zweckoptimismus, mein bisschen Positivität, wenn wir in diese kranke Samstagskonferenz reingucken, wir am Sonntag dran in Mainz, und da muss man sagen, Schalke dort gewonnen, auch verdient gewonnen, natürlich am Ende dramatisch, Elfmeter kann man darüber diskutieren, aber verdient gewonnen, Mainz seit diesem Bayern-Spiel, definitiv in einem Formtief, auch morgen gerne reinschalten, der Talk mit dem guten In-Real-Life-Chris, oder einfach mit dem Chris, zum Mainz-Spiel, haben wir auch noch drüber gesprochen, die sind in einem Formtief, die Saison ist quasi vorbei für Mainz, die kleinen Retschons auf Europa sind nicht realistisch, oder auf europäischen Fußball generell, sind nicht realistisch, klar, die haben auch noch ein Heimspiel, letztes Heimspiel, nochmal gut von Fans verabschieden, das Hertha-Ding, aber ich sehe da auch nicht, warum wir in Mainz verlieren sollten aktuell, also nach meinem Gedanken gerade, was haben wir jetzt hier alles, Schalke spielt von mir aus 1-1, oder Unentschieden, wie auch immer, gegen Frankfurt, Hoffenheim verliert, die Hertha gewinnt, oder spielt Unentschieden gegen Bochum, und wir holen einen Punkt in Mainz, und dann gehst du mit allen Chancen in diesen letzten Spieltag ins direkte Duell mit Hoffenheim, wie gesagt, sprechen wir dann quasi in der Woche mehr drüber dann, wo du sowieso oder so gewinnen musst, gegen Hoffenheim zu Hause, das ist schon mal vorabgenommen, und dann hast du auch eine Tabelle, oder generell Zusammenstellungen im Tabellenrechner, wenn man es her und her rechnet, die auch realistisch sind, dass sie eintreten, wo du sogar drinbleiben könntest, und Hoffenheim in den Abstieg schicken könntest, auf Platz 17, also Hoffenheim ist echt so ein bisschen, ein kleines Dark Horse, das ist glaube ich eher positiv formuliert, also quasi umgedrehtes Dark Horse, im Sinne von, ey, ich sehe nicht, dass die gegen Union irgendwas holen, und bei uns holen die auch nichts, das ist mal aus dem Gedankengang, die bleiben auf 32, also Hoffenheim ist 100% noch voll mit drin, auch im Gespräch um den direkten Abstieg, das mal hier zu meinem Zweckoptimismus, gerne eure Meinung, eure Tabellenrechner, whatever, in den Kommentaren da lassen, aber ich, wie gesagt, sehe das so, ich halte auch mein Ding gar nicht jetzt irgendwie für zu positiv, für zu optimistisch, sondern wirklich auch für realistisch so, warum sollten die Sachen so nicht eintreten, wie ich sie gerade mir überlegt habe, oder gerade im Kopf habe, wie sie ausgehen sollten für mich, und dann auch nochmal, auch ganz klar, auch wenn das schief geht, ein dickes Danke an Sebastian Hoeneß, also jetzt mal 100% bis auf Hertha, das war scheiße, passiert immer wieder, auch da gesagt, letzte Saison bei der Hertha, das 2-0 war noch, noch schlechter, als das 2-1 jetzt bei der Hertha, hatten wir eine gute Phase, und eben eine gute Phase, und eben auch Leverkusen zähl ich da voll mit rein, wenn der nicht kommt, und von Beginn an funktioniert, sind wir schon abgestiegen, dann sind wir jetzt schon weg, also von dem her, ein dickes Lob, ein dickes Danke an Sebastian Hoeneß, und wie gesagt, gerade schon formuliert, auch hier nochmal einen Punkt hingeschrieben, ich bin überraschend tiefenentspannt, ich habe eine gewisse Seelenruhe irgendwie in mir, natürlich kann es natürlich auch, also während des Spiels nicht mehr, es ist ja auch ganz klar, während des Spiels nicht mehr in dem Maße, aber ich habe sie grundsätzlich in mir, vielleicht auch Gewohnheit, Gewohnheit letzte Saison, wir kennen es, wir kennen die Situation, wir hatten es so schon mal, kann natürlich auch ein Negativ-Argument sein, oder ein Kontra-Argument sein, von wegen, sowas klappt nicht jedes Jahr aufs Neue, im letzten Spieltag sich zu retten, so viel Fußball, Gott gibt es nicht, aber wahrscheinlich eigentlich deswegen tiefenentspannt, weil wir eigentlich in einer guten Phase drin sind, die restlichen Ergebnisse könnten auch uns reinspielen, natürlich kann es auch alles scheiße laufen, aber mein Optimismus, mein Gefühl gerade sagen wir, das wird schon funktionieren, und wie gesagt, auch die Gewohnheit letzte Saison, man ist so vielleicht auch wirklich ein bisschen abgeflacht im Kopf, bei mir vielleicht auch wirklich ein bisschen abgeflacht im Kopf, schon mal erlebt, und es ist einem irgendwie auch in irgendeiner Form einfach zu viel, sich dann wieder so dermaßen reinzusteigern, sich da wirklich alles auszurechnen, alles Negative vor allem immer im Vordergrund zu rücken, deswegen bin ich glaube ich gerade echt auch überraschend, aber finde ich eigentlich ganz angenehm gerade so, überraschend tiefenentspannt, überraschende Sehnenruhe da irgendwie, letzter Punkt noch Personalsituation, weil da müssen wir auch darüber reden, so sympathischer ist, aber wir haben ein Torwartproblem, wir haben ein Torwartproblem, dieser Elfmeter war wieder, also der Elfmeter für Leverkusen war wieder, Führung und Chance auf den Sieg, mit dem eigenen Arsch eingerissen, weil war einfach, klar, also ich unterstehe jetzt, unterstelle jetzt Bredo da nicht den 100% Fehler, war unglücklich in der Entstehung, aber Bredo jetzt auch schon in den letzten Spielen, so ein paar Szenen dabei gehabt, die echt nicht gut aussahen, wo man es auch mal einen Patzer nennen kann bei Bredo, Müller davor hat man auch, der hat es zumindest nicht in der Regelmäßigkeit, also nicht vier Spiele am Stück oder sowas, sondern halt immer wieder, so alle vier, alle fünf Spiele mal ein Fehler drin, wir haben leider echt ein Torwartproblem, mal gucken, was wir da im Sommer machen, natürlich je nachdem, welche Liga wir zugehören, vom Niveau her, was wir mit dem Keeper machen und interessant, Mafropanos macht seine Läufe wieder, ist im Training zurück, gegen Mainz wohl immer noch recht unrealistisch, aber gegen Hoffenheim, vielleicht eine Mini-Chance auf Mainz, aber gegen Hoffenheim sieht es wieder gut, aus, dass Mafropanos mitwirken kann und dann, letzter Punkt, steht einfach nur Vollgas dran, weil das ist das Einzige, was man auch bei Leverkusen so ein bisschen kritisieren kann, ich habe vorhin auch gesagt, Ritter auf der Rasierklinge ist schwierig zu bewerten, wie man da jetzt angeht und was cleverer gewesen wäre und so quasi Pro und Contra abwiegen, wie ein Spiel ausgehen kann, wenn man nochmal Vollgas geht, aber jetzt, Mainz-Hoffenheim, 180 Minuten plus X plus Nachspielzeit, da musst du wirklich alles auf den Platz lassen, alles, klar, du nimmst auch lieber in Mainz einen Punkt mit, als er zu verlieren, weil du eben auch mit einer Niederlage und passenden Ergebnissen vor dir quasi absteigen könntest, aber Vollgas, in Mainz kannst du zu 100% gewinnen, du darfst da auf jeden Fall nicht verlieren, das ist auf jeden Fall klar, du darfst beide Spiele nicht verlieren im Normalfall, es gibt natürlich auch wilde, wilde Optionen, wie du auch mit drei Punkten drin bleibst, aber die vier brauchst du glaube ich schon, bin mir auch recht sicher, dass die vier auch reichen könnten, ich glaube die brauchen diese, nach meiner, nach meinem Zweckoptimismus und nach meinen Rechnungen hier, reichen dir vier, du musst gar nicht unbedingt in Mainz gewinnen, doof gesagt, ohne jetzt den Spruch hier rausholen zu wollen, von wegen in Mainz muss man nicht gewinnen, aber du kannst in Mainz gewinnen, du musst da mindestens einen Punkt holen, den sehe ich auch zu 100% und Hoffheim zu Hause, mit der Heimstimmung, ähnlich wie gegen Köln letztes Jahr, musst du auch zu 100% schlagen, also das auf jeden Fall auch, um das noch rauszunehmen, damit ich hier nicht das Leverkusen-Spiel quasi zu schön rät, es muss gegen Mainz und gegen Hoffenheim viel, viel mehr Vollgas herrschen, als gegen Leverkusen, viel mehr diese Bremse lösen, so diese, ja, einfach sich lösen, Vollgas geben gegen Mainz, Vollgas geben gegen Hoffenheim und dann kannst du da auch sechs Punkte mitnehmen, natürlich wenn Scheißläufe holst, du nullen steigst ab, aber du musst da alles geben, absolut alles und dann hast du die Chancen, wie vorhin vorgerechnet von mir, mit vier Punkten, ganz verrückt mit drei, mit sechs Punkten, glaube ich auch ziemlich, ziemlich sicher, dass du drin bleibst direkt, selbst wenn es Relegation ist, zumindest nicht direkter Abstieg, den sehe ich überhaupt nicht, deswegen Vollgas reingehen gegen Mainz, gerne eure Meinung zu allem hier in den Kommentaren da lassen, dann war es das hier von der Bestandaufnahme meinerseits, sage ich mal, jeder hat andere Gefühle zur Situation zum VfB nach dem 1 zu 1 gegen Leverkusen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020